Ich werde immer wieder mal gefragt, wie kommt ein Rainer Denndörfer dazu, ein Hightech-Unternehmen gerade hier in der Region Hochfranken zu gründen und zum Erfolg zu führen. Warum hier in Tierstein? Das kann ich sehr klar beantworten, denn es gibt dafür drei Argumente. Zum einen, ich bin Tiersteiner. Ich bin hier geboren. Mit Ausnahme von vier wunderschönen Jahren, die ich in meiner Jugendzeit in Röslau verbracht habe, lebe ich immer hier. Und deswegen ist das natürlich schon einmal ein Argument für den Standort Tierstein. Das zweite Argument ist die regionale Lage von Tierstein nahe der tschechischen Grenze. Und das dritte Argument ist die Vorteile, welches die Industrieregion Hochfrankenunternehmen, mittelständischen Unternehmen bietet. Für mich unschlagbar. Ich halte, und das habe ich schon mehrfach gesagt, diese Region als eine der attraktivsten Industrieregionen Europas. Wenn Sie meine Argumente lesen, die ich vor einigen Jahren formuliert habe, die Argumente für den Industriestandort Hochfranken, dann werden Sie mir recht geben. Das ist keine emotionale oder nicht nur eine emotionale Aussage. Diese Aussage beruht auf nachvollziehbaren Fakten.